Ihr habt es euch ganz oft gewünscht und deswegen suchen wir heute Ariana Grande Grande in der Galerie. Und der erste Sim ist dieser hier. Ja, 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 ich seh's. Es ist halt wirklich Ariana Grande Sims Edition. So richtig comichaft. 8 von 10? Was würdet ihr dem geben? Und die nächste ist diese hier. Ja, also, ich seh's schon irgendwie, aber irgendwie auch gar nicht. Musik. Okay, ganz weit oben in der Galerie ist zum Beispiel die hier. Und die ist richtig gut getroffen. 10 von 10, Leute. Aber da gibt es noch so viel mehr, die einfach unbeschreiblich gut getroffen sind. Das ist echt das Beste, was ich bis jetzt in der Galerie gesucht habe.